So, bitteschön. So, jetzt müssen wir selber erstmal überleben. Alter. Wie geil. Wie geil bist du denn, Mensch? Okay, erstmal weg. Ja, genau. Unser Kram lag ja noch nie. Zack. Sind sie schon da? Gut, dann nehme ich die. Aua. Boah, den hat er erwischt. Ich habe immer keine Ausdauer hier, Mensch. Boah. Ich dachte, der trifft den anderen. Okay, du. Okay, du. Ey, kannst du es mal lassen? Okay. Okay, der ist platt. Den anderen. Ah, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Okay. Sehr gut. Bisschen Leben hat er uns noch gegeben. Der hat den hier abgelenkt. Das war sehr geil. Halt aus! Halt aus, mein Freund. Boah. Natürlich nicht auf mich. Ich muss überleben! Ich muss wirklich überleben. Was? Wie viel Charme wir machen. Aber, Jungs, das war es noch nicht. Ich muss überleben. So. Phase 2. Boah, jetzt. Jetzt ist erst der richtige Kampf. Das ist so episch, Mann. Dark Souls und Drachen. So. Muss aber auch ein bisschen Schaden machen. Hier. Oh. So. Dann sieht's nicht. So. So. Okay. So. Deswegen lieber mit mehreren Leuten. Aber wir haben lustigerweise noch nicht viel Schaden gemacht. Wir werden es schaffen. Das ist ein bisschen mehr und schneller Schaden. Okay, jetzt. Aber die anderen sind gut diesmal. Was soll das hier mit dieser komischen Gehen? Ich renne ihm nur hinterher. Gibt es ja nicht. Aber seht ihr, die sind so stark, diese Gegner hier. Für mich ist deswegen dazu wirklich ein reines Online-Spiel. Alter, wie der da rum, Rage. Meine Phantome sind gut. Hier ran. Das war meiner. Schafft, oder? Bim! Yes! Seele des Dämonenprinzen. Komm, wir können uns auch noch bedanken. Sehr gut, Jungs. Was? Wie viele Seelen gab es da für ihn? Alter. Krass. Scheiße, Mann. Ja. 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 Ja.